Revisionsstützen aus Polypropylen und Polyethylen werden eingesetzt im Anlagen-, Apparate- und Behälterbau. Der eingelegte Deckel aus Polypropylen, Polyethylen oder PVC-U-Transparent ist unverlierbar. Unsere O-Ring-Dichtungen bestehen standardmäßig aus EPDM und FPM. Die Revisionsstützen sind verfügbar in den Abmessungen D110 bis D280 und sind ein wichtiges Element im Anlagen-, Apparate- und Behälterbau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017